Ja, ratet mal wo wir sind. Wo sind wir? Die Blume verrät es vielleicht schon und die steht ja auch drauf. Wir sind in Wiesmoor wieder. Ja und wir stehen gerade in der Blumenhalle und das ist so schön hier. Ich liebe es. Wir zeigen gleich ein paar Impressionen, wie das hier drin aussieht. Ich kann das gar nicht beschreiben. Die Vögelkind zwitschern wieder. Da muss ich gleich mal hingehen und muss mal das Moor-Talk halten. Letztes Jahr war richtig schön und wir haben uns richtig auf dieses Hello Freude, dass wir wieder dabei sind. Ja, total heavy. Und nachher fahren wir wieder mit dem Cabrio und können ganz viele Autogrammkarten verteilen, weil hier ist immer so viel los. Ja und vor allem unsere Region wieder vorstellen auf der Bühne und da freuen wir uns richtig drauf. Es wird einem, glaube ich, ein richtig toller Tag. Ich bin ein Star, hol mich hier raus! Ich bin ein Star, holt deine und traf lächst mich und bei mir Musik Hä? Möchtest du dein Dienstmeister? Aber ich gehe mal schnell aufs Klo, oder? Musik Hier ist etwas Neues, ja. Guck mal, alles drücheinander. Eben sieht das besser aus als unsere Blumenwiese, ne? Ja. Boah, die sieht hoch wie die gelben Sterne da. Dann müsstest du demnächst noch mal weiterfahren nach Kohlstedt. Ja. Nach Vechta. In Vechta sind wir hier schon gewesen. Musik Das ganze Königsgefüge hier. Wunderbar. Hallo. Münsterland. Wir präsentieren unsere Gemeinde. Wir locken die Leute zu uns in die Gemeinde. Und sind jetzt sehr erfolgreich dabei. Keine Panik auf der Titanic. Darauf trinke ich an. Musik Weiter, 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 weiter. Und die kommt zum Schluss. Die ist zu spät. Die da. Kannst du irgendwo verheben? Irgendwo. Nur nicht direkt auf mein Logo drauf. Nee, nee, das machen wir. Wir sind hier aus. Nicht zu tief stechen, dann geht die Luft raus. Ah. Über die Krone. Ja. Das ist die Volksstandsrunde vom DJK Bösel. Mit vier Toren Fahnes. Ja, die sind hier noch nierai. Musik 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 So, guck mal, liebe Blütenkönigin, jetzt gibt es ein bisschen Freundes für die PR. Ein bisschen mehr Freund für die PR. Will der Prinz auch ein Präsent? Will der auch ein Präsent? Natürlich, Gold brauchen wir nicht immer. Das ist so Aufmerksamkeit. Unser schickes Auto. Guck mal die fette Karre an. Nur für euch heute. Eingebaute Vorfahrt. So, da oben sitzen sie schon. Das ist unser heutiger Fahrer Kai. Der hat auch eine Sonnenbrille auf. Wir gehen heute so im Partner-Look. Der fährt uns heute eben schön Mercedes. Natürlich, Mercedes. Und die beiden da oben. Wir sitzen saugut hier oben. Sehr schön. Seid ihr noch drauf? Ein bisschen spät. Hallo Mimics. Weiter geht es mit dem nächsten K. König ist der Goldkönig. Und die Goldkönigin aus Goldenstedt. Juhu! Ihr seid auch alle arm! Ah! 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 Da ist jetzt aber der richtige Fahrer, der gerade schon mal drauf stand. Tino Joes? Jetzt alle! Moin! 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 Das ist mal keine Kaffee. Ich muss da bloß das Klappchen mitnehmen wegen den Gummibärchen. Ich kann nur schlechter unter meinen Pfeil verstecken. Im tiefsten dunklen Wald. Gummibärchen gemopst. Profi dabei. Ich hab nämlich das Ding auch im Auto bei mir. Natürlich kann man nach vorne machen. Keiner mit. Was willst du mitnehmen, Doreen? Eine. Meinst du, das fällt auf, wenn eine fehlt? Nein. Da gibt es keinen Plan. Wir sitzen alle zusammen. Tja, jetzt geht's zur Freilichspüle. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, herzlich willkommen. Auf Wiedersehen. 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 Ah! Warte! Nächste Frage. Ich sage dafür, ich sage dafür, ich sage dafür, ich sage dazu, ich sage dafür, ich bin unser Das ist ein Ausfall. Das ist ein Ausfall, der ist jetzt länger. Ein neues Leer lesen, den Modelljacksauf, das aktuelle Modell. Das aktuelle Modell. Beim Ausfall kann man sich dann direkt bestellen. Das geht auch. Fahrer Johann Röhrstatt, Kortakönigin der Kortakregion Wiestenniederung, Anna Kortes. Auf euch! Jemand eine Karte? Nimm mal beide Räten. Dahinter ist der Goldkönig Sascha Bühl und die Goldkönig Doreen Metzla in einer Mercedes CLE vom Auto aus Mercedes Sänger, gefahren von Kai Hausmann. Huuu Kai! Wir haben nur noch ein Buch aus Goldenstedt. Nein! Nein! Guck mal hier! Es sind nur noch eins. Da geht gleich die Machtgestekelei bei den Kindern. Ja, wegen Einbruch. Ein Buch gegen Kinder. Na ja, können die sich doch gegenseitig vorlesen. Ja, aber jeder! Wem ist die Königskreie in die Tasse? Goldenstedt! Schönen Becker! Ich hab noch einen Aufkleber. Von Doppelmann. Biss auf! Meine Karten sind alle weg! Das ist das Spiel. So ihr Lieben, wir haben jetzt unseren Corso hinter uns. Unser lieber Fahrer, der Kai. Wie hat sie mit uns gefallen? Super! Jederzeit wieder! Okay, nächstes Jahr wieder am Start. Da fahren wir mit Holger zusammen. Der hat das letzte Auto gesagt. Ciao! Und wir haben natürlich keine einzige Autogrammkarte mehr. Die sind alle weg. Aber der Kai, der Kai muss hier auch noch ein Autogramm geben. Natürlich! Und dann läuft das hier. Ja, erstmal Tschüss aus Wiesmoor. Wir gehen jetzt Kaffee trinken und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Goldköniginverein Goldstedt ist wieder an Start. Bis dann! Tschüss!